Hab ich dann rein! Hia! Ausgewicht! Bam! 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 Miesgegeben! Eeeeee! Ausgewichtete Penner! Eee! 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 Ich bin Rambo! Miesgegeben! Alter! Richtig miesgegeben! Wo waren die Creeper hier? Die gerade noch waren? Wieso schwebt da? Egal, hier sind ein paar Pfeile übrig. Knochen, die ich gebrauchen kann. Egal. So. Ein paar Eier, ui, schön. So, ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt? Wieder noch ein paar Pfeile. Noch irgendwas Tolles, was man hier findet. Ne, eigentlich nicht. Dann machen wir zu unserem Haus weiter. Warten wir das auch irgendwann fertig kriegen hier. Anderes wäre nämlich sehr schlecht. Was heißt sehr schlecht? Das wäre einfach nur Kacke. Aber wir haben nur genug Zeit, wir haben nur genug machen. Wir können nur genug Materialien sammeln. Wir können unsere fette Mine bauen. Zack. Zwangsweise muss ich dir so zerschlagen, leider. Ja. Die Schaufel oben liegen gelassen habe. Und ich habe keinen Bock jetzt nochmal hochzurennen. Extra noch für die zwei Teile. Und dann, ja. Dafür alles zu machen. Da sieht man doch ganzes Geheuer aus, alles hier. Mal wohl, ich hätte viel mehr, so viel gerne so und, keine Ahnung, irgendwie eine Stadt nebenan oder so. Das ist nämlich viel lustiger. Man kann mit Leuten handeln. Man kann mit Leuten handeln. Dann kann man richtig gut Sachen draus hauen. Und das ist richtig viel besser. Man hat versucht nicht alles zu finden. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne. Vielleicht treffen wir mal irgendwann auf Zivilisation. Aber... Das sei offen gestellt. Zunächst kümmern wir uns erstmal um unser eigenes Heim hier. Das gefällt mir natürlich ganz gut. So interessant, dass Blöcke schweben können. Ist mir zwar auch komplett neu, aber... Das ist halt Minecraft, ne. Man muss nicht zu viel von dem Spiel erwarten. Das ist eine einfache Grafikanimation. Mit Java geschrieben. Gefällt doch ganz gut. Baum. Stein habe ich jetzt auch genug gesammelt. So ungefähr. Waffen habe ich auch ein bisschen dazu gekriegt. Essen haben wir aber die neue Eier gekriegt. Sand nicht. Sonstiges haben wir dort noch gekriegt. Knöchlein. Herze. Kies. Kies. Kies hier. So. Und Werkzeug fürs nächste Mal. Weiter geht's. Uff. Noch lange können wir die Arbeit gefunden. Lange nicht. Noch lange nicht. Aber ich wäre ganz zufrieden, wenn ich hier oben alles abgegrast hätte. So. Dann kann man ein richtig lustiges anfangen. Das würde ich auch machen. Glaub ich zumindest. Also da müsste ich erstmal auf Eisen stoßen. Das wäre dann. Das zu bauen. Aber das wäre nicht schlecht. Lava würde ich auch nicht schlecht finden. Auf zu stoßen. Das wäre auch gut. Gut. Aber bis jetzt erstmal das erstmal so hinkriegen, dass wir eine vernünftige Ebene haben. Und ansonsten funktioniert das nicht, was ich machen will. Wir können noch gleich mal ein bisschen Geronimo spielen und einfach hier gegen drehen abends. Und irgendwelche Monster totklopfen. So. Kann man das auch noch minimieren hier. Wenn wir schon mal gerade am Stein hacken sind, ne. Aber lange war ich auch nicht mehr. Dann ist Schluss mit lustig. Wenn wir uns ja auch auf einen Schlafen gehen beziehungsweise. Das heißt Schlafen gehen. Schlafen gehen würde ich wahrscheinlich nicht. Aber ich muss das ganze Zeit ja noch irgendwo abrendern und machen. Und das dauert auch seine Zeit. Von daher. Aber mir gehen viel zu viele Spitzfakten drauf, ey. Klar, Stein habe ich genug. Kein Problem. Aber trotzdem. Holz habe ich auch nicht gerade. Sehr wenig. Da wird ein neues reingebracht. Nur trotzdem. Irgendwo reizt mich das schon. Diamant zu finden. Ich hoffe das werden wir schnell finden. Weil dann kann man ein super Werkzeug bauen. Aber viel werden wir davon eh nicht finden. Oder ich muss so was anderes benutzen. Diamant muss ja gucken. Ich weiß das nicht. Aber bis jetzt. Läuft da alles blendend. Also ich kann mich nicht beschweren, dass irgendwas schlecht laufen würde oder so. Wir kommen recht gut voran. Wir sind jetzt unten hier gleich schon fertig mit. Zumindest mit dem Gestein wegzubauen. Das ist nämlich das Schwierigste eigentlich. Würde ich mal so sagen. Und danach kann man halt noch ab. Gras, Kies und so weiter mit einer Schaufel wegschaffen. Das ist auch kein Problem. Also von daher ist das jetzt ziemlich das Einfachste. Das wird schon langsam wieder dunkel. Das sehe ich gerade. Egal, wir schweben schon sehr gut in der Luft natürlich. Naja. Wir wollen uns nicht mal um viele Sachen zu kümmern. Also wir wollen schon langsam reingehen. Weil jetzt hier ist mehr Schatten und alles. Und hier könnte sich dann ein Zombie verstecken theoretisch. Oder schon spawnen. Ich weiß das auch nicht. Ja. Sieht aber nicht schlecht aus, muss man sagen. Ist okay. Und dann werde ich natürlich noch die Schaufel holen. Ein bisschen abgrasen noch. Aber dann ist auch Schluss. Ein bisschen Stein brauche ich. So. Und das brauche ich... Schaufeln brauche ich jetzt erstmal. Die Anzahl an Schaufel dürfte reichen. Und die brauche ich auch noch. Werkzeug. Hier die Hütte. Unterbringen. Dann noch 2-3 Schaufeln unterbringen. Das könnte ich jetzt mal rein tun. Und mich dann aufs Ohr legen. Ja. Warten wir bis die tot sind. Dann sind wir sicher, dass wir keinen unter uns haben. Können wir wahrscheinlich noch ihr Essen einsammeln. Der ist das tot. Dann dauert der Rest nicht mehr lange. Da knacken die letzten Beine auch noch zusammen. Wenn ich mir sicher bin, gibt's bestimmt noch zu futtern dazu. Jawoll. Ja, ne. Lecker, lecker. Ja. Ja, ne. Irgendwo. Ist doch noch ein dritter abgekratzt. Ne. Wo ist das Fressen von dem hin? Gibt's anscheinend nicht. Arschloch. Stirbt einfach ohne was zu hinterlassen. Geht auch nicht. Ja, ne. Der Schaufel muss jetzt erst recht arbeiten. Zwei Schaufel hab ich dabei. Ja gut. Dann werde ich die zwei Schaufel jetzt auch verpratzeln. Doch, wir fangen wir fast ja von oben an, als dass wir hier oben erstmal alles glätten und so. Das wir hier erstmal alles wegkriegen, was wir nicht brauchen. Das vereinfacht dann noch mehr Sachen, nämlich. Automatisch Oh, nicht schlecht, ey. Ich sammle so viele Schneebälle, die ich sowieso nie brauchen werde. Oder wofür braucht man Schneebälle? Ich weiß es nicht. Ich könnte in die Comments schreiben. Oder ich kann es auch nachgucken, theoretisch. Das ist wesentlich einfacher. Ich kann zumindest alles schon mal auf einer Ebene hier oben. Das ist auch schick. Soweit. Das muss da doch eigentlich sein. Das kann man hier theoretisch weiter auch ansetzen. Und sich dann langsam nach links rüber bauen. Und wenn man jetzt so stehen würde, dann nach links natürlich, ne. Wenn ich das jetzt denke, ich kann rechts und links nicht unterscheiden, das wäre wohl der lächerlichste überhaupt. Wäre ja schon fast frech von euch, wenn ihr so was sagen würdet. dass der gute alte Vertex nicht rechts vor links erscheinen kann. Das Werk ist es, er es glaubt, Jungs, er es glaubt. So. So langsam wird es interessant hier. Na super, die Hacker haben jetzt auch weg noch. Noch eine übrig. Und so muss er dann auch raussehen. Nicht anders. Genau, es liegt komplett im Freien jetzt. Ich würde nur noch hier dieses bisschen Erde wegzuräumen. Naja, bisschen ist auch wieder übertrieben, ne. Oder untertrieben gesagt. Das ist schon eine Menge Erde, wenn man so guckt. Aber das ist alles andere als einfach. Ja, der geht zwar schnell kaputt, aber das bringt mir ja nichts, wenn die nur schnell kaputt geht. Es muss schnell eine Ebene sein. Das ist das Schwierige da dran. Bis hier ist alles frei. Hoffe ich mal zumindest. Und dann haben wir aber auch Schluss wieder heute. Wir haben wieder ein bisschen Kohle gefunden. Wir haben ein bisschen unser Haus freigesetzt, würde man sonst sagen. Das müsste dann aber auch reichen. Dann kann ich es abrendern und wieder hochladen. Welche Überschrift kann ich nehmen? Das schwebende Haus, ne. Das hört sich zu langweilig an. Nehmen wir. Puh, was können wir nehmen? Schritt. Step by step. Oder nicht. Step by step hört sich irgendwie ein bisschen schwul an. Man kann doch nicht werden was überlegen. So, oder machen wir noch weiter. Bis es dunkel ist dann, können wir weitermachen. Bis dahin sollten wir es dann schon schaffen. Oder die Schaufel im Arsch geht. Oder die Spitzsacke. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Wenn man so guckt. Das sieht doch ganz angenehm aus. So viel Sand ist ja auch nicht mehr. Äh, ja doch, Sand ist auch nicht mehr. Äh, das heißt, Sand Erde ist auch nicht mehr. Das unmöglich ist jetzt. Ich dachte, das wäre mehr Erde. Wenn ich so geguckt habe. Ich dachte, das wäre mehr Erde. Aber das ist echt wenig Erde. Jetzt nur noch hier so die Ecken. Ansonsten. Unser Schaufel ist gleich im Arsch. Oh mein Gott. Geht jetzt hier nicht mehr aus. Ein Stück. So. So. Und da ist sie weg. So, dann machen wir noch ein bisschen hier die Ebene weg. Weil die hält mich auch nicht mehr lange, die Spitzsacke. Und so viel wir schaffen, so viel wird dann halt bleiben. Ansonsten Pech. Tja, das war's dann noch. Haben wir nicht. Man kann nicht wegmachen. Damit bringe ich das halt ins Lager. Und damit ist das Schluss vor heute. Hoch hier. Hoch. So. Für nur die kleine Ecke. Dann sind wir fertig. Die hebe ich mir mal bis später auf. Fürs nächste Mal besser gesagt. Kies hier hin. Aber sonstiges habe ich auch noch ein bisschen dabei. So eine hässliche Schneebälle. Holz habe ich nicht bei. Stein habe ich ordentlich dabei wieder. So. Da ist ein bisschen Erze noch. Bisschen Erde. Bisschen, was zu futtern. Bisschen sowieso nicht verwenden können. Baum, Zucker, die Samen, genau. Ja, damit haben wir eigentlich alles geschafft, ne? Ach, ich hasse das so zu machen, dass die Öfen voller Kohle sind. Das ist irgendwie scheiße. Die werden auch noch fertig. Schmeiß einfach unter Erz in die Ecke hier. So. Das war es dann noch. Man sieht sich beim nächsten Mal, ne? Tschö.